Moin, was geht? Exo hier. Herzlich willkommen zum zweiten Part des Movement Guides. Im ersten Guide sind wir Sanddance, Slide Canceln durchgegangen, haben uns ein bisschen die Einstellungen angeschaut, haben SCUF-Alternativen vorgestellt, beispielsweise die Chlor-Stellung und alles mögliche. Schaut euch das auf jeden Fall an. Wir sind auch wieder in diesem Warzone-Orientierungsmodus, den habe ich euch ja auch gezeigt, wie ihr da reinkommt. Wir sind ein bisschen weitergegangen, weil das hier schon alles viel, viel besser ist mit den Gegebenheiten, Kisten und so weiter und so fort. Wir wollen heute nämlich den Bunny Hop machen. Der Bunny Hop ist auch ein Must-Have, wenn es um Movement geht. Es bringt alles nichts, wenn man nicht aimen kann und nicht Slide Canceln kann, dann einen Bunny Hop zu machen. Sorry, ist aber so. Wir schauen uns einfach mal an. Wir haben diesen Bereich hier, diesen Kistenstapel und wir wollen von hier anfangen, die Gegnerin zu beschießen, beziehungsweise unser Gegner steht einfach mal da. Der Nodach-15-Spieler würde jetzt wahrscheinlich hier so um die Ecke gehen, geduckt oder wie auch immer, ist egal. Würde diesen Peak hier abdecken. Für die Leute, die Part 1 gesehen haben, würden vielleicht noch reinsliden und den dann wegholen. Kann man natürlich alles machen. Schauen wir uns einmal die Seite von der Solange hier an. Solange würde wahrscheinlich, wenn es ein Standardspieler ist, genau auf Kante aimen. Wenn ich einmal kurz hier rumgucke, bam, dass ich direkt weg bin. Peakers Advantage würde sie gewinnen. Genau das gleiche für hier. Man könnte natürlich auch, wenn so, also solange könnte auch, wenn sie eine bessere, oh, guck mal, die hat sogar diesen Skin, der richtig geil aussieht im Bundle, aber im Spiel voll hässlich. Hm. Schämlich. Ähm. Solange könnte auch beispielsweise hier sitzen. Das wäre für solange mit die beste Option, wenn sie halt nicht movement gewandt ist. Sprich, sie würde diesen Peak hier abdecken und diesen Peak hier abdecken. Gleichzeitig sitzt sie im Headditch, sprich die Hälfte ihres Körpers ist nur sichtbar. Ist ja logisch. Die eine Seite ist offen, die andere Seite ist von den Fässern bedeckt. Wie man das Ganze jetzt lösen kann mit einem Bunnyhop, ist eigentlich ziemlich simpel. Wir springen rein und machen dann noch einen Sprung und dann ist sie weg. Wenn man beispielsweise weiß, weil man hier ein bisschen shouldert oder reinslidet oder sonst irgendwas, dass die da sitzt. Wenn man beispielsweise dann einen Bunnyhop macht, dann könnte man sich so weit, ich sag mal, porten, dass man hier steht und den komplett offenen Körper von so lange hat. Und dass sie nicht mehr hinter ihren scheiß Headditch sitzt. Denn bei einem Bunnyhop, wie ihr gesehen habt, fliegt man ganz schön schnell von A nach B. Und so schnell kann, so lange nicht rüber aimen und uns tracken. Das ist einfach nicht möglich. Da ist ja selbstverständlich im Kopf Reaktionszeit, um das erstmal zu realisieren, was passiert da jetzt gerade. So würde man die dann wegholen. Aber wie macht man denn jetzt einen Bunnyhop? Ein Bunnyhop, ziemlich simpel erklärt. Wir laufen, wenn die Gegnerin da steht. Wir laufen geradeaus. Wir springen. Drehen uns ein. Auf die Gegnerin. Also direkt Richtung des Gegners aimen. Am besten sofort drauf sein, obwohl wir sie noch gar nicht sehen. Einschätzen. Und dann springen wir nochmal und haben den Bunnyhop. Führt das einmal vor. Nicht wundern, hier ist ja eine Mauer. Da kann ich auch mal ran ditschen. Es geht halt leider gerade anders nicht, um euch das besser vorzuführen. Dann, wie gesagt, wir gehen in den Tag Sprint. Der Tag Sprint ist wirklich das Allerwichtigste. Wir gehen rein und aimen auf sie und zack, drauf ist sie. Nochmal. Fertig. Wenn wir beispielsweise wissen, dass die da sitzt, dann können wir ja den Tag Sprint noch bis hierhin rauszögern. Und dann hier rüber springen und dann ist er weg vom Fenster. Es kommt halt immer drauf an, wo der Gegner steht. Warum brauchen wir den Tag Sprint? Warum ist er so wichtig, um den meisten Schwung mitzunehmen? Beispielsweise mit dem Tag Sprint würde ich so weit springen. Jetzt lasse ich einmal den Tag Sprint aufbrauchen. Darf ich natürlich nicht Slide canceln. Und mit dem normalen Sprint sieht es so aus. Man sieht, der zweite Sprung ist komplett abgehackt. Der erste ist super, der zweite ist abgehackt. Natürlich kann man das auch von Gegenständen runter machen. Dann hat man sogar noch mehr Schwung. Man braucht halt nur diese Bewegung, dass der die Waffe oben hat und nicht irgendeinen Anlauf oder sonstiges. Das hier würde schon komplett ausreichen. Mit Tag Sprint sieht das folgendermaßen aus. Und mit aufgebrauchten Sprint bzw. normalen Sprint würde das Ganze dann so aussehen. Also gar nicht so weit, wie man eigentlich denkt. Der Tag Sprint ist wirklich das Nonplusultra und deswegen Slide cancelt man auch. Wie gesagt, Bunny Hop. Wir laufen geradeaus. Dann springen wir, drehen uns ein auf die Gegnerin und dann springen wir nochmal. Und das war dann auch schon der Bunny Hop. Dazu muss man natürlich auch vernünftig aimen können. Wenn ihr euch jetzt hierhin dreht und dann hierhin aimt oder hierhin oder hierhin, könnt ihr das komplett vergessen. Deswegen habe ich beispielsweise auch beim ersten Part direkt das Center mitgenommen, damit wir das direkt perfekt umsetzen können. Weil wir wissen ja, wir laufen nicht so oder so oder was weiß ich um die Ecke. Wir laufen nämlich so um die Ecke, dass wir den Gegner immer in der Höhe haben. Brust, Hals, Kopfbereich ist anstrebbar. Nicht auf die Füße oder hier so rennen. Immer geradeaus Richtung Höhe des Gegners. Das ist alles Übung. Das kriegt ihr auch innerhalb einer Woche, zwei Wochen nicht hin. Ihr müsst regelmäßig üben, um zu centern, um das Ganze umzusetzen. Ich empfehle euch hier wie gesagt die Trockenübungen. Und danach würde ich versuchen in den Multiplayer reinzukommen von Modern Warfare. Und dann einfach paar Stunden täglich gegen Bots zu spielen. Auf irgendeiner Map, die ihr gerne mögt. Stellt euch da was weiß ich, wie viele Bots da immer möglich sind. Sechs Stück ein oder so. Und dann könnt ihr das immer üben. Genau das gleiche wie mit dem Slide Canceln und so weiter und so fort. So, das war es auch schon mit dem Video. Das ist halt wie alles immer eine Sache der Übung. Nehmt euch da Zeit. Wie gesagt Tag Sprinten, Springen, Eindrehen und nochmal Springen. Das ist ein Bunny Hop. Wie gesagt Tag Sprint, Slide Cancel ist ein absolutes Muss. Centern, gutes Aim gehört auch dazu. Weil es bringt euch nichts, wenn ihr einen super tollen Bunny Hop könnt. Und hier, guck mal Kumpel, ich kann Bunny Hop und dann aimt ihr hier irgendwo hin, obwohl die alte da steht. Wisst ihr, was ich meine? Es bringt halt nichts. Außerdem habe ich mir überlegt, wenn wir diese ganzen Movements vorgestellt haben, werde ich mir aus meinen ganzen YouTube Videos die besten Clips raussuchen. Beziehungsweise die besten Einsätze von den jeweiligen Movement, Slide Canceln, Bunny Hop und so weiter. Da werde ich mir die besten Clips raussuchen, die am verständlichsten sind. Und dann werden wir das alles nochmal zusammen durchgehen. Das war aber auf jeden Fall heute erstmal die Trockenübung Bunny Hop, dass ihr das gut umsetzen könnt. Ihr könnt euch natürlich auch direkt hier irgendwie ein Ziel rauspicken, falls ihr wie gesagt den Modern Warpher Multiplayer habt. Und ihr habt hier irgendwo eine super Ecke und ihr wollt dann direkt da drauf ballern. Dann nehmt euch einfach ein Ziel und ballert dann da drauf. Dann habt ihr es. Wisst ihr, was ich meine? So kann man das perfekt umsetzen. Nehmt ein bisschen die Fantasie mit. Vielleicht kann man auch hier das Fass mitnehmen, dass man dann hier rum Bunny Hop und das dann direkt mitnimmt. Man kann ja zur Hilfe des Aims direkt irgendwas Enges aussuchen, so wie ich das gerade hatte, dass man mit dem Aim gar nicht verfehlen kann, beziehungsweise wegrutschen kann. So, dass ich, ach jetzt habe ich falsch gemacht, dass ich direkt hier irgendwie daran baller, dass ich erstmal eine Hilfe habe, dass ich daran baller und jetzt erstmal von Haus aus nicht irgendwie hier so weit hinfliege. Dass man erstmal ein Gefühl dafür bekommt, wie man das überhaupt umsetzen kann. Ja, wie gesagt, das war es mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.